Hallo und herzlich willkommen zum Happy Aging und gesunde Hauttipp Nummer 4. Ich bin Martina Schiedler und mein Spezialgebiet ist ganzheitliche Hautgesundheit. Tipp Nummer 4 lautet Schlafe. Sorge dafür, dass du jede Nacht zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf bekommst. Denn im Schlaf regeneriert sich unser gesamtes System und unsere Abwehrkräfte werden gestärkt. Ausreichend Schlaf zu bekommen ist eine wichtige Voraussetzung, um vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Wir sehen uns beim nächsten Tipp. Bis dann.